Heute habe ich für dich drei Anzeichen, dass du in die private Krankenversicherung wechseln solltest und wir schlüsseln dir mal ganz kurz auf, wie diese drei Anzeichen aussehen. Und zwar, wenn du gerade selbstständig bist und dabei bist, dir ein Coaching, Consulting, Training oder irgendein hoch profitables Business aufzubauen, dann kann man sich darüber Gedanken machen, dass man in die private Krankenversicherung geht. Denn wenn du, ich mache dieses Anzeichen jetzt hier einfach mal als ein Eurozeichen, profitabel unterwegs bist, dann wird das bedeuten, dass bei dir folgende Kette stattfindet. Du wirst jetzt relativ hohe Cashflows generieren und somit ein relativ hohes Einkommen generieren. Und immer wenn du ein hohes Einkommen hast, bist du in der gesetzlichen Krankenversicherung auch sehr, sehr hoch beitragspflichtig. Das führt dazu, langfristig, dass es jetzt den finanziellen Vorteil für dich ergibt, wenn du in die private Krankenversicherung gehst. Und langfristig, wenn du anfängst, dir Assets aufzubauen, das heißt also Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien, Anleihen und andere konservative Geschichten, dann wirst du daraus irgendwann später wieder ein Einkommen verzeichnen. Und dieses Einkommen später wird wieder dazu führen, dass du recht hohe Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung leisten musst. Das heißt also, im Großen und Ganzen kannst du dir ganz easy die Auswahl machen, hey, wenn ich jetzt profitabel bin und anfange, mir Vermögenswerte aufzubauen und später wieder profitabel zu sein, ist es das erste Anzeichen, dass du auf dem besten Weg bist, in die private Krankenversicherung wechseln zu sollen. Wenn du außerdem zum gegebenen Zeitpunkt jung bist und dir jetzt nicht zwingend die nächsten 5 bis 10 Jahre die Familienplanung schon dabei hast, dann ist es ein absoluter No-Brainer, dass du die private Krankenversicherung anstrebst. Weil, wenn du jetzt 5 bis 10 Jahre oder 8 Jahre Zeit hast, hier einfach wirklich finanziell zu profitieren, dann kannst du dir natürlich einen so hohen, jetzt kommen wir wieder zum Cashflow aufbauen, am Ende des Tages geht es richtig viel um dieses Geld, dass du am Ende des Tages deine Familie einfach bestmöglich versorgen kannst. Und dazu kann ich euch jetzt wieder so eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar habe ich hier einen jungen Selbstständigen beraten, der einfach schon sehr, sehr gutes Geld verdient hat. Wir haben den absoluten Top-Tarif der privaten Krankenversicherung gebracht. Und jetzt gerade vor kurzem haben wir seinen Sohn in die private Krankenversicherung gebracht, weil er geheiratet hat und jetzt im Nachgang eben das Kind mitversichern wollte. Und kurz danach wurde eine schwere Krankheit festgestellt und dieses Kind ist jetzt einfach top-notch versichert und kann hier einfach von den absoluten Premium-Leistungen profitieren. Das heißt also, du fängst schon an, bist privat krankenversichert und hast später dann, zum späteren Zeitpunkt, wenn du die Familienplanung also angestoßen hast, die Möglichkeit top-notch unterwegs zu sein. Und wenn wir diese beiden Kriterien erfüllen, dann kommen wir jetzt zum Letzten. Du planst langfristig selbstständig zu sein. Also, wenn du feststellst, dass du keinen Bock mehr drauf hast, später im Alter oder wenn du mal 30, 40, 50 bist, irgendwo angestellt zu arbeiten, dann ist, also wenn du diese drei Punkte erfüllst, ist es absolut grotesk, nicht privat krankenversichert zu sein. Diese drei Punkte, diese drei Anzeichen, ja, ich verdiene jetzt schon gutes Geld und ich habe vor, langfristig hohe Cashflows zu haben, ich bin aktuell jung und die Familienplanung ist noch nicht komplett klar, ja, und langfristige Selbstständigkeit wird angestrebt. Wenn du hier zwei von drei erfüllst, dann ist es an der Zeit, dass du diesen Wechsel auf jeden Fall angehst. Denn du hast am Ende nur finanzielle Vorteile, die nicht nur punktuell vorhanden sind, sondern auch langfristig. Denn wenn wir uns angucken, wie die gesetzliche Krankenversicherung die letzten Jahre ihre Beiträge erhöht hat, und das wird ganz gerne verschwiegen, wenn über das Krankenversicherungssystem gesprochen wird, denn die gesetzliche Krankenversicherung erhöht von Jahr zu Jahr die Jahreshöchstgrenze und diese Grenze führt dazu, dass die Beiträge, die sich darauf beziehen, auch kontinuierlich steigen. Das heißt also, wenn du jetzt nämlich gut verdienen bist, wie in meiner Zeichnung hier eben aufgestellt, dann bist du einfach kontinuierlich damit gestraft und musst hier große, hohe Beiträge zahlen. Und deswegen, wenn du zwei von drei dieser Faktoren erfüllst, dann ist es für dich an der Zeit, in die private Krankenversicherung zu wechseln und den Wechsel lieber schneller als zu spät anzustreben. Und in diesem Sinne, trägst du dich einfach ein bei uns auf der Website unter www.vetter-consulting.de für ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen dir, welche finanziellen Vorteile du rausschlagen kannst und wie du das Ganze bestmöglich für dich implementierst. In diesem Sinne weiterhin gute Umsätze und bis zum nächsten Video.